Die Politik der Regierung ist gescheitert. Statt gute Politik für die Bürger zu machen, werden absurde Ideologien durchgepeitscht. Klimarettung, Corona-Irsin und Kontrollwahn gefährden unseren Wohlstand. Jetzt wird es Zeit, dieser Politik die rote Karte zu zeigen. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt. Für Freiheit, Sicherheit und Wohlstand. Statt Verbotspolitik leben wir die Freiheit. Für unsere Bürger, Familien, Bildung, Gesundheit, Wirtschaft, Heimat und Natur unterstützt uns dabei und wählt die AfD.